. Ich bin so sehr dankbar, wenn ich hier gekauft habe. Ich bin so dankbar, dass ich heute die meisten Krellbecken habe. Und die Räume, die dann aneinander waren. Die anderen haben einen Langenstock und die Koffein und ich meine Mutter höre ich hier. Und die Dauer, die dann aneinander sind, ist wieder anders als Koffein. Die anderen haben alle Bälle, weil sie die Räume hätten noch nicht. Als ich die Räume gekauft habe, dass endlich mal Becken hat, dann schlank ich mich dort. Dann kommt wieder ganz kalt in Polen. Dann haben wir einen Flingschlag. Er hat einen gebränden Ball. Er hat einen gebränden Ball. Der liegt nicht gut zu zweit. Er sagt, wie die Fiefe in die Breite, wir müssen warten. Wir werden uns in die Mitte aufsteigen an den Koffein. Der Koffein kann noch jemanden haben. Das steht noch weit aufs Feld. Das reicht sehr schnell, ob sie vielleicht können. Er drängt den Flingschlag in den Koffein, weil ich bin direkt im Flingschlag in den Koffein. Er legt den Ball vor. Selbst wenn ein paar Dämonen sind nach der Koffein. Er hat den Koffein durchgeschüttet. Jetzt doch nicht. Er hat den Koffein durchgeschüttet. Wie eine Brille, die nicht alle krank waren. Und er hat hier an. Wie sieht man kein Nürz? Weil wir stellt den Koffein vor die durchgeschüttet. Der Räume. Aber wenn wir jetzt ein Seil mitgelegt, dann kann man sich schüttet. Wie ein Schluck auf dem Zoll ist. Wie sieht man kein Nürz? Der ganze Nacht. Da hat man an dem großen Draht sein. Und dann hat man wohl gedreht. Ich lebe die Brille zuerst. Der hat keine Werte. Ich kann nicht schluck. Der ganze Nacht. Ich trage vier Stunden meine Arten ab. Woher sie das nicht gehen. Meinemann. Aber die Leute haben ein bisschen Warte drin. Ich sage ja. Kannst du sehen? Wo hat doch keiner da drin reingesucht. Ich schieb meine Arten. Ich lebe meine Arten. Jeder Tag. Jeder Minute. Ich lebe die Brille. Wie hau ich die Brille? Ich weiß nicht, wie ich mich zu tun habe. Ich habe alle Blasen. Und dann ist meine Arten endlich am Körlgegen. Vielleicht eine Stunde. Da kommt der Kling. Keiner redet von der Räume der Kopf. Da wird es dann mündes. Nein. Wo die auch noch schlafen. Nein. Meine Frau hat meine Arten. Auf alles okay wie ein Körlgegen. Oh ja. Jetzt war ich frohlich. Na witzel. Der Räume der Kopf. Die Hau hat eine Brille. Ja. Ich habe nur eine Brille. Ich habe ja auch eine Brille gewonnen. Wer ist frohlich. Na witzel. Wie hat das Brille gewonnen? Dann sind Sie in der Bank ein paar Brille. Wie Siekommen zu arbeiten. Der Körper bin weggekommen. Der Körper bin echt dran gewonnen. Der Körper bin echt dran gewonnen. Und dann war der Nachdeck nicht erster. the night quella schlub. Der Tag im 19. Ich lege mich mit blauen Hengern. Wenn es ein paar Male hat. Das Onne gesagt habe. Ich wollte denen doch Schutzkund gesagt haben, da hatten wir uns vernünftige Schlücke. Wir waren doch und waren schon abgewachsen. Wir hatten die Fähre aufgedreht. Das ging sehr schnell um. Und wenn sie Gott dankbar der Fähre für die Jahre, wo wir angewachsen sind, dann hat er von dir auch kaum mehr dankbar sein. Er hat sich der allerwenigsten Wirt hier in der Stunde von der OSE. Dass er leider zu spielen und vielleicht ein paar Geschichten vertellen. Das ging nicht so, dass wir von dir, meine ganze Familie geteilt werden. Aber wir haben keine Fähre aufgedreht. Aber wir haben keine Fähre aufgedreht, keine TV. Das ist eine Fähre. Wir haben keine High-Spring Internet. Meine Mutter von dir. Das ist so modern geworden in Paraguay. Weißt du, meine Mutter hat einen Handy an der Zit? Er hat einen iPad. Meine Mutter hat einen iPad. Er konnte mit meiner Mutter sprechen. Er konnte mit meiner Mutter sprechen. Meine Mutter konnte über Skype reden. Er konnte sagen, 20 Jahre lang, jetzt in einem hohen Film wie uns. Er hat einen iPad. Er hat einen iPad. Ich habe die Apfel mit meiner Mutter. Ich habe meine Mutter. Ich habe die Mutter gesagt, ich habe mir zwei von 8 von der OSE. Der ist Jesus auf dem 24. April. Mein Geburtstag. Ich habe meine Mutter. Ich habe die Mutter mit dem Fernseher an der Juli. dass wir mit Vieren können, besser die Erweiterung als Vier-E-Gemotestag. Musikamt mit Reihe Viertig plus Vier.